Besuche die Unterkunft eines anderen Spiels. Ach, da ist sie ja auch schon. Ein solides Glashaus mit dicker Abwehrkraft unten im Reaktor oben auf dem Dach. Eine Sekunde, wie hieß der nochmal? Und wir müssen hinne machen. Gerade fing die Härteprüfung an. Haben wir noch genug? Haben wir noch genug Klopparinharmonie für die Härteprüfung? Wird knapp, wird knapp, wird knapp, wird knapp. Aber du hattest doch so viele Baupläne in der Übersicht. Oh, hat der alle Röhren. Das ist ja nice. Eine Sekunde. Das würde ich ganz gerne fotografieren mit mir. Fotomodus. Genau, schön in der Hocke. Hier so vielleicht. Naja, wir sind ein bisschen dunkel. Jetzt sehen wir auch nicht alle Röhren auf dem Screen. Aber es ist ja nur für uns. Es ist ein Andenken. Und da stehen noch ein paar Powerrüstungen. Oh, so viele können wir ausstellen, wenn wir Baubudget hätten. Was für viele offensichtlich ein großes Problem ist. Nice. Echt schick. So, wo ist dein Laden? Hier gibt's Muni, ne? Gratis Muni. 5mm. Dankeschön. Das ist aber nett, ne? Dass deine Besucher sich hier gratis bedienen können. So, du hattest eine Waffe im Angebot. Rache von Foundation. 4.900. Wow. Wofür könnte man dafür verlangen? Ich hab bisher erst eine bekommen. Die wollen wir natürlich behalten. Aber merke ich mir. Äh, was war es genau? Notizen. Eine Million Pläne. 149 hat am Angebot. Der Werteherr oder Frau Mitspieler. Äh, oh, oh, oh. Ah, 2000. Das ist schon teuer, ne? Aber wirklich. Also, es ist teuer. Es ist sehr wertvoll, offensichtlich. Das gibt's ja auch immer nur zu den Events. Aber ich habe gerade nicht so viel Geld da. Wir müssen auch sparen. Wir müssen auch Gold abholen. Das ist wichtiger. War hier gerade jemand? Oder sind das hier nur meine Paranoia? Hallo? Ist hier jemand? Ich glaube schon. Oh, das sieht hier alles sehr schick aus. Sehr sammellastig. Also, es ist viel, viel drumherum hier. Viel Platz auch. Aber die Sachen, die er gesammelt hat. Nice. Wirklich sehr, sehr nice. Bist du das? Bist du der Mitspieler? Nee, der heißt Golgoth. Du bist nicht Golgoth. Egal. Weiter. Wir wollen rüber zur Härteprüfung. Solange sie noch da ist. Oh, ich habe die falsche Rüstung. Aber ich kann ja hier meinen Kram austauschen. Richtig. Genau. Rüstung weg. Hellcat wieder raus. Mhm. Hingestellt. Hatten wir noch irgendwelche Buffs oder so? Oder ist wirklich jetzt alles vergammelt? Komm, schnell. Bevor die Cranberry-Soße uns in der Tasche weggammelt. Sonst gar nichts mehr. Oh, wir müssen uns auf jeden Fall jetzt in dieser neuen Aufnahme müssen wir uns Richtung Convenience-Tour bewegen. Ich habe auch ein paar Hinweise von euch bekommen, wo wir ebenfalls noch ein paar Starlight-Beeren bekommen könnten. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, was wir noch zusätzlich, was wir brauchten in der Höhle in den Tiefen gesammelt haben. Waren das nicht auch Rußblumen, die wir jetzt gezwungenermaßen immer brauchen? Oder gab es da nur die Fieberblüten noch? Oder hatten wir die Rußblumen von der Sommerwille? Fragen über Fragen über Fragen. Aber jetzt erstmal die Härteprüfung. Achso, das war ja die Härteprüfung. Nicht raus mit den Supermutanten. Das war Räumungsbescheid. Wo wir so übel verstrahlt waren das letzte Mal. Ach, da brauche ich ja gar nicht meine Rüstung. Na dann gleich wieder raus aus der Rüstung. Das kostet mir zu viele Fusionskerne. Zack, zack, zack. Habt ihr schon gequatscht? Es kann losgehen, Mensch. Wir hatten alle genug Zeit. Hey, hey, hey. Go, go, go. Aber wir haben ja Ballistikbocken, ne? Einen guten alten Ballistikbock. Und alles, was explodieren kann, sollte auch explodieren. Das nicht. Das hier aber. Und das hier. Und das hier. So gut. Energie-Niveau kann so bleiben. Psychotabs sind auch noch am Start. Acht Stück. Hoffentlich. 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 Finden wir da bald wieder mal so ein Angebot. Wir sind bereit. Aber sowas von. Go, go, go. Ballistikbock, Psycho. Und Kampfsperre. Kampfsperre. Zack. Zack. Und weiter gefriemelt hier. Oh, 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 oh. Es sind nicht so viele hier. Dürfen wir nicht vergessen. Die schießen jetzt auch auf uns. Boom. Nice. Und da hinten auch noch. Ist okay. Kriegen wir hin. Wird alles gut. Schande. Das ätzt hier ganz schön unsere Munition weg. Aber wir haben ja ein bisschen Blei zu Hause. Vorsichtig. Vorsichtig. Level 813. Es wird immer schlimmer. Diesmal ist es wirklich eine Härteprüfung. In der Tat. Hier hinter uns. Flip 6 Dreierloch. Spritze. Na, 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 na. Schön draufhalten. Schöner Rucksack. Den habe ich auch. Hey. Ich dachte, der schießt auf uns hier. Der Gladiator. Den hier bitte zuerst. Oh, wenn das der Dicke wäre. Der Boss. Dann wären wir jetzt höchstwahrscheinlich tot. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Na, na, na. Aber da hinten. Manuell geschossen. Mir fehlt so sehr mein Besucher-Tee. Wir haben so wenig AP-Regeneration. Aber das wird sich sehr bald ändern. Das gilt als... Das gilt hier als... Konvi... Als Action. Genau. Als Action. Ich bin gerade wieder aufgestanden. Es ist 4 Uhr am Morgen. Der Kaffee steht vor mir. Ich sollte einen Schluck trinken. 300 Kronkorken. Bad Day. So. Käffchen. Gleich noch einen zweiten Schluck hinterher. Wasser steht auch schon bereit. Immer schön Wasser zum Kaffee trinken. Sonst dehydriert man doch, habe ich gehört. Aber Wassertrinken ist generell gut. Schön aus der Leitung. Ich habe einen Filter. Ansonsten weiß ich nicht, ne. Wobei, der Filter wird wahrscheinlich keine Hormone rausfiltern. Da gibt es da Gerüchte, Mensch. Üble Gerüchte. Ich gehe nie wieder auf Twitter. Ich kriege jedes Mal Paranoia. Ich glaube, das ist gesunder. Plopp. Und die nächsten Börder. Ja. Wir hauen schön rein. Die Klopperin. Au, 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 au. Und wir sterben weg. Brennen wir noch? Nein. Alter. Ich sage ja. Wir haben hier den Schwierigkeitsgrad hochgedreht. Es geht zu Ende. Anwärter Papas. Aber jetzt dürfen wir erstmal Emojis spammen, ne. Yay. Achso, wir müssen ja hier wechseln, ne. Ist nicht wie beim Mottenmann-Event. Immer schön wechseln. Ich glaube, jedes einzelne Emoji hat hier eine Cooldown-Phase. Das ist, glaube ich, noch besser, wenn wir uns im Kreis hier drehen. Na, ja, reicht's. Ist fertig, ne. Finde ich sehr gut. Gut, wir waren ausgezeichnet. Habe ich noch Feuerwerk? Nein. Schade, Mensch. Was ist denn hier los, Mensch? Wer wirft denn hier mit Feuerfloater-Granaten? Notout stimmt noch, ne. Sind wir noch auf Drogen? Vielleicht Ballistik-Bock? Mhm. Gerade so noch. Und Psycho ist schon weg. Ist schon weg. Wir haben sehr wenig Mutation. Ihr wisst warum, ne. Ist noch nicht ganz überstanden. So. Der nächste Alistik-Bock. Nachdem wir uns ein Kaugummi reingezogen haben. Damit wir nicht so durstig sind. Ich kämpfe gleich mit einer Sekunde. Ich habe ein perfektes Kaugummischen. Zack. Der kann auch Sitt machen. Nicht nur Satt, sondern auch Sitt. Zack. Jetzt aber. Alter, 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 alter. Die schlucken ja wie sonst was. Die Röhre, Mensch. Die Röhre ist Leben. Die Röhre ist das Leben. Die Röhre ist Überleben. Das steht ja auch nicht umsonst drinne in der Röhre. Ist kein Witz. Kann ich ja mal ganz kurz nochmal zeigen. Hier. Pipe ist live. Da wussten schon die Entwickler, was die Leute hier mit dieser Röhre machen werden. Sie werden sich draufstellen, um zu überleben. Wenn du leben willst, pipe mit mir. Da kommt was dickes. Oh. Warum kommt der von da? Kommt der öfters von da hinten? Oh. Ja. Ich glaube schon. Ist mir bisher nur noch nicht aufgefallen. Na, na, na. Sag ich doch, wir packen das. Es war eine Herausforderung. Aber wir haben sie gemeistert. Fuck. Ist da noch was? Ich sehe da nichts. Doch, da ist was. Jetzt ist weg. Danke, 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 danke. Vielleicht noch ein bisschen Blei mitnehmen, wenn da ist. So wie den legendären Kamm. Yay. Versuchungszelt ohne Ende. Bleischrot. Genau. Für Munition. Ihr habt nicht zufällig noch ein bisschen Schießpulver dabei. Weil, nee, ihr seid ja, ihr seid ja Energiewaffenspezialisten, ihr Roboter. Nein. Da drüben vielleicht noch was Legendäres. Ja, nein. Okay, wir können abhauen. Dankeschön. Danke, danke, danke. Es darf wieder Convenience werden. Wir wollen einsteigen. Und zwar mit was Grundsolidem. Nämlich den Cranberries. Hier drüben. Ghouls of Aron Holt. Rüber geflitzt. Und da wird schon wieder geballert. Ein Plünderer. Der sich höchstwahrscheinlich nur gewehrt hat. Leitwolf. Brauchen wir gerade nicht. Nein. Brauchen wir wirklich gerade nicht. Prioritätsalarm. Das sind ein paar Wölfe im End. Da gibt es Abwehrkühler oder so. Fantastic. Now it's your turn. Dann, wo sind die Insekten? Wir müssen diesen Alphabon nicht finden. Und schüttt. Cut. Jane Man. Oh mein Gott. Die Snipergewehre in Vorlauf spielen Liebe. Also ab Vorlauf drei. Noch einer. Will noch wer? Haben was? Sieht sauber aus. Brücke vor. Ne, da ist noch was. War am Boden gerade versteckt. Hat sich aus versteckt. Und nun sammeln. Flup, flup. Rotodendron. Auch für später wichtig. Das war jetzt nicht umsonst mitgenommen. Wir brauchen ganz viel Rotodendron. Aber da habt ihr mir auch was geschrieben. Wo ich die finde. Bei unserem neuen Eingang in die Tiefen. Wir gehen heute das erste Mal über den zweiten Eingang in die Tiefe. Und beim nächsten Mal wechseln wir die Location. Rußblume brauchen wir auch. Für gesüßtes Rußblumen irgendwas. Haben wir alles? Jo, dankeschön. Können wir gleich Action machen. Besuche die Unterkunft. Ach, deswegen war ich da. Stimmlich wegen Einkaufen. Entschuldigung. Warte mal. Ich gucke mir auch deinen Keller an. Flup. Na, du, wo ist denn dein schöner Bunker? Ach, gleich hier vorne. Ist das dein Eingang tatsächlich? Da gucken wir doch gleich mal nach. Was du für einen schönen Bunker hast. Ach, den gleichen wie wir. Bisher noch nicht ausgebaut. Oh, warte, was? Wir können... Ist das was zum Anbauen? Ist das urbane Erde? Wir können doch was anbauen im Keller. Oder ist das jetzt nur einfach Deko-Sand? Naja, ausbaufähig. Auf jeden Fall. Danke, cool. Score-Punkte kassieren. Das war jetzt aber nicht Action. Schieße mit deiner Kamera ein Foto. Eine Schlinge, als wären du von Maya Magic. Okay, haben wir noch einen dabei? Ein Maya Magic. Ja, tatsächlich. Irre. Und dann ein Bildchen. Wieder hier. Bei unserer Lieblings-Schlinger-Location. Und da sind sie auch schon. Einmal schlürfen bitte. Kamera raus. Und schon dürfen wir hier besoffen Bildchen schießen. Mit Kuh konnte man zoomen, ne? Gilt noch nicht. Ich kann dich anwiesen, aber du bist noch nicht fotografierbar. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Kamera? Also wirklich. Wann erscheint es jetzt bitte? Oben rechts grau. Psch, leise. Die können echt wild werden. Na, na. Oh, oh. Sie wachen auf. Sie wachen auf. Müssen die tot sein oder so? Hallo? Das gilt nicht. Das gilt nicht. Psch. Ah, ah. Das gibt es doch nicht. Offensichtlich müssen sie wirklich tot sein. Na, dann ist das eben so. Klapp, Arena. Wir brauchen deine Unterstützung. Noch einer. Da hinten. Oh. Eine Sekunde. Was ist eigentlich mit der Schwarzbrennersause? Warum kommt denn die nicht mehr? Was ist mit Gefängnisausbruch? Haben sie auch schon wieder aus dem Programm genommen? Mensch, Mensch, Mensch. Es sind einfach zu viele Events. Aber das ist doch gerade schön. Ja, jetzt seid ihr fotografierbar. Mysteriös. Aber geschafft ist geschafft. Schnellreise-Lotout. Wir wollen als nächstes die Convenience-Tour fortsetzen. Das war auf jeden Fall Action. Kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, machen wir eine kurze Zuckertour. Sicher ist sicher. Aber vorher ganz kurz das Gold abholen. Wegen des Whiskys sind wir natürlich auch hier. Den gibt es immer hier gratis. Ich glaube, oben liegt noch einer. Smithy Smiley. Na du? Ja, aber sowas von. Wir sind auch interessiert. Den ganzen Batzen bitte. Best Friends Forever. Jut, jetzt schnapp ich mir noch deinen Whisky. Der ist sowieso nicht gut für dich. Bleib beim Bärben. Wir sehen uns nächste Woche. Und den Hundenapfen nicht vergessen. Das war Mittel jetzt. Das war noch keine Action. Aber hier ist auch gerade nichts Öffentliches. Nein, nein, nein. Da sparen wir uns lieber auf. Da machen wir dann zweimal hintereinander Action. So, Convenience-Tour weiter. Wir brauchen Honig. Oh Gott, brauchen wir Honig. Ich hätte die letzten paar Male auch schon Honig sammeln sollen. Könnte ein bisschen knapp werden. Also vier Besucher-Tee wären aber sowieso das Maximum. Aber die acht Honig kriegen wir dafür jetzt nicht zusammengesammelt. Hm. Na gut. Dann gehen wir uns mit zwei Besucher-Tees zufrieden. Es sei denn, wir hätten noch ein paar Honigwarmen im Stash. Werden wir sehen. Und zur Not können wir ja selber noch irgendwelche öffentlichen Events starten. Was ist denn hier kaputt, Mensch? Immer so viel Remy-Demy. Ist die Puppe da? Ah! Vorsichtig. Wuhu. Alter Schwede. Das ging fast knapp. Hier noch einer. Hm-mh. Honig ist da. Nice. Puppe ist nicht da. Naja. Mittel nice. Zack, 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 zack. Zwei Besucher-Tee sind schon mal gerettet. Und jetzt Rodedendron. Wobei ich die lieber bei der, bei der Tip-Location von euch sammeln würde. Damit ich mir das besser abspeichere. Gab's hier auch die Rußblume? Ja, ne? Warte mal. Stopp. Kriegen wir hier genug Rußblumen für unser Vorhaben? Und können wir eventuell... Ach, ne. Dann können wir... Ich wollte jetzt eine der neuen Location... Einer der neuen Starlight-Beeren-Locations von euch empfohlen angehen. Aber... Dann müssten wir jetzt hier Rodedendron sammeln. Außerdem wollten wir die Höhle über den neuen Eingang betreten. Das erste Mal. Das erste Mal direkt. Oh, oh, oh. Mottenmann-Equinoctium. Müssen wir das... Ja, müssen wir auf jeden Fall, Mensch. Das ist eines der besten Events. Aber jetzt gerade sehr unpassend, Mensch. Aber wir haben ja noch eine Sekunde. Ich nehm trotzdem die Rodedendron mit. Wir werden bei der anderen Location... ...bam separaten Eingang in die Höhlen... ...die Rodedendrons trotzdem suchen. Ruhsblume. Ist so schwierig zu erkennen, wenn alles voll geschneit ist. Wir lassen es auf jeden Fall mal wieder... ...demnächst für eine Aufnahme Frühling werden. Rodedendron. Ah, komm. Nicht, dass ich sie bei der... ...bei der anderen Ortschaft nicht finde. Die Rodedendrons. Und dann haben wir keine. Aber Ruhsblume. Die müssen wir einsammeln. Die ist sehr wichtig. Hier. 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 Ich bin bestimmt schon an der einen oder anderen Ruhsblume vorbeigelaufen. Die sehen einfach aus wie Gestrüpp hier jetzt mit Schnee. Einfach nur wie irgendein Busch oder so. Tag. Schon wieder Rodedendron. Rodedendron. Heute Rodedendron ohne Ende. Das letzte Mal haben wir uns ein abgebrochen hier. Die zu finden. Das ist doch Ruhsblume, ne? Ne, das ist wirklich nur ein Gestrüpp. Hm. Ich glaube aber in den Höhlen... ...bekommen wir trotzdem noch Ruhsblume. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Wenn ich nur Fieberblüte. Aber da war ich mir letztens beim Beantworten eines Kommentars nicht ganz so sicher. Prüfen wir heute nach. Jetzt noch hier die Ehrenrunde in die Richtung Ruhsblume. Nicht nur Gestrüpp. Und da drüben. Da kenne ich doch sofort. Ja. Ach, guck mal. Und hier ist noch Ruhsblume. Außerdem brauchen wir gar nicht so viele Ruhsblume. Ähm, der gesüßte Ruhsblume-Eintopf. Weiß ich jetzt gerade nicht genau. Der hält ja auch eine Stunde. Und wenn wir davon zu viel herstellen, vergammelt er uns nur in der Tasche. Wir können. Wir wollen rüber zum Mottenmann-Event. Was? Schon weg? Ach ne, ich war zu tief. Äh, Juti. Zack. Vielleicht noch ein bisschen Entstrahlen. M-Einstrahle-Loadout. Zack. Aber nicht so viel. Wir wollen schön blutig bleiben. Und natürlich außerhalb unserer Power-Rüstung bleiben. Damit wir hier feuchtfreudig durch die Gegend jetten können. Aber... Macht da schon Party hier? Hörchen auf. Dann können wir schon rausgucken. Ah! Ja! Genau deswegen... Bis zum nächsten Mal.